Es gibt sie doch noch, die guten Alltagshelden. In einer Stadt im Süden Chinas hält plötzlich ein SUV mitten auf der Straße an und bleibt einfach stehen. Ein Schuster am Straßenrand wird stutzig und erkennt den Ernst der Lage. Der Fahrer ist ohnmächtig und braucht dringend Hilfe, doch sein Auto ist abgeschlossen. Mit scharfen Reparaturwerkzeugen und zusammen mit einem Passanten zerschlagen sie die Scheibe, schnallen den Fahrer ab. Beherzt holt der Schuhmacher den Mann aus dem Wagen und beginnt mit einer Herzdruckmassage, bis Rettungskräfte eintreffen. Und genau dieses mutige Eingreifen rettet ihm das Leben. Der Mann kommt ins Krankenhaus, wird behandelt und ist in einem stabilen Zustand. Und alles nur, weil ein guter Samariter nicht wegschaut, sondern einfach hilft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017